Wird der Hünfelder SV der Borussia aus Fulda in die Hessenliga folgen? Möglichst hoch muss der HSV gegen Rot-Weiß Frankfurt siegen, um noch eine Chance zu haben in die 5. höchste Liga aufzusteigen. Wir sind gespannt. Für Hünfeld geht nicht viel zusammen. Gleich zu Beginn Freistoß für Rot-Weiß. Freund kommt nicht über die Mauer. Und Pequesens Schuss geht deutlich drüber. Kurz darauf die Gastgeber mit der ersten nennenswerten Gelegenheit. Simon setzt den Schuss in die Wolken. Nächste gefährliche Situation durch Frankfurt. Einwurf von Arnil Mous. Gensler sieht schlecht gegen Agötz aus. Außennetz. Die Gäste sind brandgefährlich. Budenz verliert den Ball und dann geht alles ganz schnell. Agötz hat zu viel Platz, nimmt Maß und lässt Gutballett keine Chance. Das nicht unverdiente 1-0 für die Gäste aus Frankfurt. Es läuft alles andere als nach Plan beim HSV. Aber noch ist genügend Zeit. Krieger drüber. Die Abwehr der Hülfelder steht nicht sicher und kommt mit den schnellen, technisch starken Gegenspielern nicht zurecht. Der erste Fernschuss kann geblockt werden, aber der zweite sitzt. Da war Gutballett machtlos. Das 2-0 durch Arnil Mous kurz vor der Pause. Die erste Aktion nach Wiederanpfiff gehört den Gästen. Agötz schickt Pequesen. Ganz cool, ganz abgezockt. 3-0 für Frankfurt. Jetzt wird es bitter für den HSV. Hülfelder hat nichts entgegenzusetzen. Die wenigen Schüsse auf das Tor von Tarkidis sind, wie dieser von Krieger, viel zu harmlos. In der 76. Spielminute werden die Aufstiegsträume des HSV dann endgültig zerstört. Der überragende Pequesen sucht und findet den eingewechselten Abdul. Der macht das 4-0. Hülfelder wird hier vorgeführt. Und fünf Minuten später bekommen die Gastgeber dann ihre Chance zum Ehrentreffer. Lundi bekommt den Ball hier an die Hand. Shiri Rabe entscheidet auf Elfmeter. Lukas Budenz nimmt sich der Sache an. 4-1. Gejubelt wird dabei selbstverständlich nicht mehr. Kurz vor Schluss gibt es dann auch noch auf der anderen Seite einen Strafstoß. Gensler soll im 16er-K-Diff viel gefoult haben. Patrick Bahnes sucht sich die Mitte aus und markiert damit den 5-1-Endstand. Ein rabenschwarzer Sonntag für den Hülfelder SV. Eine ordentliche Saison geht damit für Blau-Weiß zu Ende. Der direkte Wiederaufstieg bleibt jedoch aus. Johannes Götze hat den Abteilungsleiter des HSV am Mikrofon. Jungs haben sich heute was vorgenommen. Wir wollten auf alle Fälle die Niederlage gut machen, aber die Qualität von Rot-Weiß-Bankfurt war heute zu gut. Das muss man neidlos anerkennen. Die haben eine Qualität vorne im Sturm, die einfach maßgebend für so ein Ergebnis danach ist. Und hinten in der Abwehr wenig zugelassen. Also die werden den Aufstieg in die Hessenliga mit Sicherheit packen. Denn Kelsbach hat lange nicht die Qualität wie Rot-Weiß-Bankfurt. Das sehe ich ähnlich. Jetzt heißt es einfach auf die neue Saison blicken. Das hat man jetzt erst recht. Nächstes Jahr geht man sicherlich als großer Favorit ins Rennen. Na gut, wir sind in diesem Jahr gestartet mit unter die ersten Fünfte zu kommen. Wir haben den hervorragenden zweiten Platz gemacht mit Spiele und die Relegation. Die Mannschaft ist jung. Vor allem die Mannschaft bleibt zusammen. Es geht keiner weg vom Stamm. Und das ist doch eigentlich eine gute Voraussetzung, um nächstes Jahr anzugreifen. Und Borussia Fulter ist raus. Die haben die Übermacht dieses Jahr in der Landessieger gehabt. Und von Schwalmstadt muss man sehen, was da übrig bleibt. Und dann werden wir nächstes Jahr auf alle Fälle angreifen. Und ich lege mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber Meister machen ist immer schöner als in der Relegation. Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.